Herr Kutschern und Sabine Wilhelm, und da muss ich mich jetzt konzentrieren, ununterbrochen schwimmt im Meer der Hin- und Herring hin- und her. Sie merken schon, es geht um das Spiel mit Sprache, es geht um Lyrik. In den Gedichten von Christian Morgenstern, Karl Fallend, Joachim Ringelnatz, Ernst Jandl, aber auch Heinz Gerhardt, Michael Engel und Otto Malkes, geht es primär um eines, nämlich Nonsens. Jedes der Gedichte fordert zum Schmunzeln oder zum Lachen heraus, verlockt dazu, sich auf die Sprachspiele einzulassen und doppelte Deutigkeiten zu durchschauen. Die spielerische Leichtigkeit der Texte korrespondiert dabei oft mit einem subversiven Element. Die Anthologie vereint Texte bekannter wie auch weniger bekannter Dichter und sie schreift die Literaturgeschichte ebenso wie die Populärkultur. Sabine Wilhelm ist es gelungen, den Nonsens-Gedichten Illustrationen bei Sabine zu stellen, die ebenso absurd und spielerisch sind wie diese Gedichte. Frieda Mielson, Anke Kuhl, Frohe Weihnachten, Zwiebelchen Übersetzt von Friederike Buchinger Stieg, genannt Zwiebelchen, hat einen sehnlichen Wunsch zu Weihnachten. Er möchte ein Fahrrad. Doch diesen Wunsch wird er vermutlich genauso wenig erfüllt bekommen, wie den, endlich seinen Vater kennenzulernen. Denn seine Mutter kann sich ein solches Geschenk nicht leisten und sie weiß auch gar nicht, wo sie Stiegs Vater finden könnte. Doch Stieg lässt sich nicht entmutigen. Um seinem Fahrrad und auch seinem Vater näher zu kommen, braucht es nur ein bisschen Mut und Kreativität. Und davon erzählt die Autorin in dieser warmherzigen, humorvollen Geschichte meine eigensinnigen Männern. Ihr verständnisvoller Blick auf die Kinderseele, zeitgemäße Themen und ein überraschendes Ende machen diesen Mann zu einem Kleingut, das weit genug über den Dezember hinaus nachklingt, also nicht nur ein langes Weihnachtsbuch ist. Selten wurde so wunderbar ehrlich über moderne Familienkonstellationen geschrieben, ohne dabei nur wachscht zu werden. Das nächste Buch ist Das Mädchen Wachda von Haifa Al-Mansur, aus dem Englischen übersetzt von Katrin Frischer. Das Mädchen Wachda ist das erste Kinderbuch der saudi-arabischen Autorin und es stellt eine Adaption ihres gleichnamigen Spielfilms dar. Die elfjährige Wachda ist eine Art arabischer Trotzkopf. Sie macht sich ihre eigenen Gedanken über das Leben in Riyadh im Allgemeinen und das von Mädchen in Sonnen. Warum darf sie nicht so, wie ihr bester Freund Abdullah Fahalfa? Nichts wünscht sie sich sehnlicher als das grüne Fahrrad im Laden um die Ecke. Doch für Mädchen gehört sich das in ihrem Land nicht. Das grüne Fahrrad wird zum Symbol für Rebellion, Freiheit und Gleichberechtigung. Die spannende und berührende Geschichte führt in eine fremde Welt. Sie zeigt, was Freiheit meint und wie wichtig es auch ist, sie zu verteidigen. Stefanie Höfler, Franziska Walter, mein Sommer mit Mux. Aus der Perspektive der zwölfjährigen Sonja wird eine Sommerferiengeschichte erzählt, die wirklich unter die Haut geht. Als die beiden Teenager Sonja und Mux sich im Schwimmbad treffen, beginnt eine wunderbare Freundschaft zwischen zwei Außenseitern. Sie vertreiben sich die Zeit mit Scrabble, mit Pfannkuchen essen, in den Himmel schauen, reden und auch schweigen. Doch je näher Sonja Mux kennenlernt, desto mehr wird er deutlich, dass der Junge ein dunkles Geheimnis mit sich trägt. Dank Sonjas hellsichtiger und couragierter Mutter kann Schlimmeres verhindert werden. Die Geschichte von häuslicher Gewalt nimmt zwar kein gutes, aber doch ein hoffnungsvolles Ende. Stefanie Höfler gelingt es in ihrem Debüt, ein schweres Thema in eine Freundschaftsgeschichte einzuwerten, die mit Leichtigkeit und Witz von einer durchaus selbstierolischen Protagonistin erzählt. N. M. Martin, die wahre Geschichte von Regen und Sturm, übersetzt von Gabriele Haus. Erzählt wird aus der Perspektive und aus dem Leben der Elfjährigen Ruth und die Darstellungsweise vermittelt in sehr überzeugender Weise die ganz eigene Weltsicht dieser Protagonistin. Denn Ruth ist Autistin und sie pflegt zwei Leidenschaften. Zum einen sammelt sie Homophone und zum anderen liebt sie Priezalen. Der Text zwingt den Leser ihre Begeisterung von Homophone geradezu auf, in dem hinter zahlreichen Wörtern deren Homonyme in Klammern notiert sind. Der so unterbrochene Lesefluss spiegelt Ruth's Warnungsweise auf eine ganz eigene Art. Gabriele Haafs ist es in ihrer Übersetzung genungen, das Spiel mit Homonymen gekonnt ins Deutsche zu ertragen. Der Text erzählt von Ruth's Leben mit einem überforderten, alleinerziehenden Vater, von ihrem Hund Regen, der vom Vater in einer Sturmnacht vor die Tür gesetzt wird, von der Suche nach ihm und von einem liebevollen und verständnisvollen Auto, der Ruth so akzeptieren kann, wie er tatsächlich ist. Und er erzählt von einer sehr schwierigen Entscheidung, die das Mädchen dann treffen muss. Und noch ein Kinderbuch, Ross Montgomery, Alex, Martha und die reise ins verbotene Land, übersetzt von André Mimot. Alex ist der typische Außenseiter. Bestenfalls nicht beachtet, schlimmstenfalls gemobbt. Sein Leben wäre auch ohne seinen guten Vater, einen Entdecker, eine Qual. Doch sein Vater ist plötzlich verschwunden. Dafür taucht aber dessen Erzfeind auf, um von Alex zu erfahren, wie es sein Vater geschafft hat, in das Zentrum des verbotenen Landes vorzudringen. Alle, die dies bisher versucht hatten, sind von einer magischen Grenze zurückgestürzen worden. Das Erstlingswerk bietet nicht nur klassische Motive fantastischer Literatur, also den Außenseiter des Held, die Reise über eine fremde Held und den bösen Gegenspieler. Es geht auch um tiefsinnige philosophische Fragen. Wer bin ich? Wie weit darf Wissenschaft gehen? Der Einfachsreichtum des Autors, interessante Perspektivleser und vor allem der pointierte britische Johor zeigte dieses Debüt aus. Mit seiner poetischen Sprache, die André Mimot treffend übersetzt hat, weist es über die Grenzen fantastischer Literatur aus. Applaus 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 Applaus